ich nehm grad die armenbrust die mir gegeben hast alter die rettet mir grad den arsch verdammtes misspick meine presse wollten meinen sachen noch viel streitig machen sind noch ein vier am jagen pindurbeere mitnehmen pindurbeere mitnehmen Das mit nehm ... Sonst nichts ... Äh ... Axt. Oh, ich hab Hunger. Äh ... So ... Jetzt nehme ich meine Armbrust. Der Mistpicher wollte mich nicht töten. Dafür eher töten. So, jetzt kann ich ihn nicht auf dem Boden liegen bleiben, Mistpicher. Chitin, Chitin, Ormeet. Ich hab alle vier gekillt. Geil! Mitnehmen. Obsidian! Wieder Obsidian! Alter, ist das geiler Scheiße, ey. Ganz ehrlich. Oh, ich bin schon wieder level ab. Oh ... Oh, Obsidian! Ist wohl ihn grad gespawnt, Laguna, ey. Obsidian wie blöd liegt hier grad rum. Das ist jetzt dabei, aber ehrlich gesagt, ey. Oh, schon wieder Obsidian? Schon wieder? Oder verprägt mich gerade? Ne, richtig. Das ist doch blöd. Ne, das ist ... Geil. Ja, schon wieder? Kranke Scheiße. Wollte ich grad sagen, schon wieder ein Peer oder was? Oh, ich wär jetzt irre geworden. Die liegen hier noch. Nein, das passt gar nicht. Nein, das passt gar nicht. Das ist so Laguna. Ey, der Schwede. Ich hab jetzt bald genügt Metall. Ich sehe noch überall Metall rumliegen. Na, ich werd das ganze Metall noch mitnehmen. Das ganze Metall einmal mitnehmen. Ja, wenn ich dann, wenn ich das ganze Metall da habe, dann bin ich zufrieden. Dann kann ich da schön erstmal Metall mir gießen. Ja, ja. Minen. Meinst du Metall und so weiter? Ich glaub, dann würden sie hier noch rumhängen. Ey, unsere ... Ganz ehrlich, wo unsere Festung gerade ist, das ist die perfekte Stelle. Nur zwei Ein- und Ausgänge. Und immer nur schmale ... Drei sogar? Ja, okay, aber trotzdem sind nur schmale Wege, die man da hinkommt. Nur schmale. Okay, beim Streaming sind wir auch den Weg dahin gesehen. Aber ehrlich gesagt, die haben ja nicht genug auf dem Server erst. Und zweitens, die haben dann ihren eigenen Server und so weiter, ne? Wegen ... Hattel, ich wollte eigentlich schon längst aufhören, ey. Ich hab gesagt, die will nur noch das Metall hier abbauen, was ich hier finde. So, ich find hier die ganze Zeit dauerhaft Metall. Ich hab gleich schon 200 Metall. Ich glaub, das Vieh da oben erschieß ich erstmal. Das geht mir nicht gleich auf den Keks. Aber das ist mit der Armbrust. Ey, dadurch hab ich mir grad den Arsch gerettet gegen die Skorpione. Es waren drei Skorpione, alle drei mit der Armbrust gekillt. Und da mein Essen wird da schlecht. Am besten tagsüber machen so was. Das ist echt besser. Loll Wir kommen beim Stream, weil das so ein bisschen dauert, aber, naja, haben wir sie. Aber ganz ehrlich, Laguna, das Spiel läuft so richtig gut, finde ich, also, die Grafik ist nicht die Beste, das gebe ich auch und ehrlich zu, ist ja nicht die Wow-Grafik, aber so ein großes Open-World-Spiel und so, da muss man echt sagen, top, echt top, für die Game-Preview, top. Dem ist zu heiß, obwohl es regnet. Er hat ne Macke. Ein PvP-Gegner oder ein Computer-Gegner? Der Dino grad auf mich gekackt. Er hat ne Macke. Er hat ne Macke. Er hat ne Macke. ein bisschen ein bisschen Meinst du sie haben die beste Rüsse und du hast den größten Scheiß, oder wie meinst du das? Achso, mhm, ja, ist schon scheiße bei Neverwinter so, aber, naja. Ah, doch, schon wieder los in mir. So, Stone, auch hier. Obsidian, auch da rein. Metal, da rein. So, das ist der Weg. So. Auf, aus. Jetzt müsste reichen. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was verdammt, wo ist denn jetzt wieder das ganze Teil hin? So, ja. Ah, mit der. Ne, da ist es mit. Geht so lange, bis die, äh, bis linksbumpf passiert ist, äh, meine Scheiße da. Mit der Obsidian, schon wieder Metall, Obsidian, alter. Metallstadt Obsidian, willst du mich verarschen? Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017